Sie sind Kulturschaffender und möchten Ihr Angebot im Internet bekannter machen. Doch leider sind Sie dort nicht der Einzige. Bestenfalls geben Sie Ihre Informationen bereits auf der eigenen Webseite ein und schicken Sie dann noch auf eine andere Seite und noch eine und noch eine. Kurz, viel Aufwand, ohne dass Sie sicher sein können, dass Ihr Angebot richtig wiedergegeben wird. Das bedeutet viel Arbeit und auch sehr viel Zeitverlust. Verbreitung von Informationen über jeweils nur einen Weg ist keine gute Lösung. Aber stellen Sie sich vor, Sie streuen Ihre Informationen mit einer Eingabe über viele Wege. Das ist Plurionet. Plurionet ist das öffentliche Netzwerk zum Sammeln und Weiterleiten von allen Kulturinformationen in der Großregion. Tausende von Kulturschaffenden verbreiten bereits ihre Inhalte über Plurionet. Eine einfache Internetverbindung reicht. Sie können sogar jederzeit Ihre Informationen ändern oder ergänzen. Falls Sie über eine eigene Datenbank verfügen, so erlauben Schnittstellen mit Plurionet eine automatische Übertragung der Inhalte. Plurionet bietet eine Datenbank mit Veranstaltungsdaten, komplett, immer aktualisiert, frei und offen. Der beste Weg, Kulturinformationen dorthin zu bringen, wo sie nachgefragt wird. Als Content-Profi erhalten Sie Zugang zu Inhalten, um diese gezielt über viele Wege zu veröffentlichen. Das geht über alle Kanäle der neuen Medien, zum Beispiel Mobiltelefone und Webseiten, aber auch über Printmedien, zum Beispiel Veranstaltungskalendern und jedes andere moderne Informationsmedium. Melden Sie sich noch heute bei Plurionet an und fangen Sie an, die Kultur auf Ihre Weise zu entdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017